Lektion 296 Der Heilige Geist spricht heute durch mich. Der Heilige Geist braucht heute meine Stimme, damit die ganze Welt auf deine Stimme lauschen und dein Wort durch mich hören möge. Ich bin entschlossen, dich durch mich sprechen zu lassen, denn ich möchte keine Worte verwenden als die deinen. Und keine Gedanken haben, die getrennt sind von den deinen. Denn nur die deinen sind wahr. Ich möchte für die Welt, die ich gemacht habe, Erlöser sein. Denn da ich sie verdammt habe, möchte ich sie freigeben, damit ich in drinnen finden und das Wort hören möge, dass deine heilige Stimme heute zu mir sprechen wird. Wir lehren heute, was wir lernen möchten und nur das. So wird unser Lernziel zu einem, das nicht in Konflikt und fähig ist, leicht erreicht und schnell erfüllt zu werden. Wie freudig kommt der Heilige Geist, uns aus der Hölle zu erretten, wenn wir zulassen, dass seine Lehre durch uns die Welt davon überzeugt, den leichten Weg zu Gott zu suchen und zu finden. Der Heilige Geist spricht heute durch mich. Die Heilige Geist spricht heute durch mich. Vielen Dank.